Diesen Beitrag präsentiert Ihnen die AOK Nordost. Kennen Sie schon das AOK Gesundheitskonto? Ihr Plus, mit dem Sie rechnen können. Sichern Sie sich jetzt Ihren Leistungsvorteil bis zu 270 Euro im Jahr. Auch in diesem Sommer liet die AOK Nordost wieder zu ihren beliebten Sommerkursen ein. Und hier kann wirklich jeder mitmachen. Egal ob AOK-Versicherter oder nicht. Yoga, Qigong und Outdoor-Fitness wird geboten. Alles in der freien Natur. Der Outdoor-Fitnesskurs in Malkin ist dabei ganz neu im Programm der AOK Nordost. Die erfahrene Trainerin Bärbel Krohn nutzt die idyllische Natur in Malkin für ganz verschiedene Übungen. Unterschiedliche Bodenstrukturen wie Wald, Rasen oder Sand werden bei den Übungen aktiv einbezogen. Mehr als festes Schuhwerk und etwas zu trinken muss nicht mitgebracht werden. Wir wollen natürlich Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit mitschulen. Das heißt, das wird der ein oder andere merken und natürlich auch ein bisschen Sorge haben. Schaffe ich das überhaupt? Ich habe so lange nichts gemacht. Es gibt für alles immer eine Ausweichübung. Also wenn ich bemerke, halt stoppt, jemand kann das nicht oder hat einfach auch Angst. Angst ist immer ein natürlicher Schutz des Körpers, dass wir dann halt die Übung runterbrechen, eine einfachere Übung dafür auswählen. Der AOK Nordost-Sommerkurs Outdoor-Fitness in Malkin startet am 21. Juni um 18 Uhr am Stadion. Gemeinsam mit Bärbe Krohn geht es jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr in die Natur. Vollkommen zur Entspannung kommen sie beim Qigong. Übersetzt heißt Qigong so viel wie Arbeit am Energiekörper. Hier fließen Bewegungsformen, Meditations- und Atemübungen zusammen. Letztendlich heißt es, arbeiten mit dem, was wir nicht sehen, sondern rein spüren mit in die Bewegung und in den Körper. Und dadurch entsteht ein Entspannungsprozess und hat dann gleichzeitig eine ganz sehr entspannte Wirkung, weil wir das dann sehr bewusst und langsam ausüben. Ist das nochmal eine Besonderheit gegenüber anderen Bewegungen, diese Bewusstheit, die wir auch nach innen schicken. Der AOK Nordost-Sommerkurs Qigong wird gleich an drei Standorten in Mecklenburg-Vorpommern angeboten. In Lubwigs Lust im Park an der Krotte montags vom 11. Juni bis 16. Juli. Im Schlossgarten in Schwerin mittwochs vom 13. Juni bis 18. Juli. Und in Warnemünde am AOK Active Beach jeden Montag vom 18. Juni bis 23. Juli. Ebenfalls in Warnemünde am AOK Active Beach wird Yoga-Lehrerin Petra Elmus Yoga-Asanas zeigen. Auch hier gilt, jeder kann mitmachen, egal ob Versicherte der AOK Nordost oder nicht. Einfach vorbeikommen und entspannen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Gerade am Strand kann Yoga eine ganz besondere Wirkung erzielen. Wir sind hier im Freien, in der Natur. Der Strand umgibt uns. Ich kann mit meinen Füßen in den warmen, weichen Sand. Ich habe einen ganz anderen Stand hier. Und ja, der Wind streichelt meine Haut. Die Luft ist einfach fantastisch. Salzhaltig. Jede Lunge sehnt sich nach so einer Luft. Und da braucht man nicht viel zu sagen. Das spürt jeder. Yoga in besonderer Umgebung erleben Sie am AOK Active Beach in Warnemünde vom 30. Juli bis 3. September. Immer montags von 18 bis 19 Uhr. Bei Yoga am Haff können Sie in Ökermünde teilnehmen. Bis zum 18. Juli, jeden Mittwoch von 17 bis 18.15 Uhr. Die AOK Sommerkurse. Viele Möglichkeiten in der warmen Jahreszeit, auch im Freien aktiv zu werden. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Infos zu Inhalten und Zeiten der Kurse bekommen Sie unter aok.de slash nordost slash kurse. Diesen Beitrag präsentierte Ihnen die AOK Nordost. Kennen Sie schon das AOK Gesundheitskonto? Ihr Plus, mit dem Sie rechnen können. Sichern Sie sich jetzt Ihren Leistungsvorteil bis zu 270 Euro im Jahr. GudIC ist weiter. Diesen Beitrag präsentiert Ihnen die AOK Norma, gингstiert mir, Vielen Dank.